Während im amerikanischen Markt noch gefeiert wird, wird im DAX schon der Abstieg vorbereitet. Na gut, so schlimm muss es noch nicht kommen. Aktuell allerdings, ihr seht das, die heutige Tageskerze ruht ziemlich deutlich. Na gut, sind wir mal nicht so kritisch, denn eigentlich haben wir noch nicht mal das Gewinnpotenzial des gestrigen Tages oder den Gewinn des gestrigen Tages wieder wettgemacht. Also insofern sollte man es nicht übertreiben mit der schlechten Nachricht. Allerdings muss man schon festhalten, dass Rücksetzer dieser Art schon länger nicht mehr vorgekommen sind und dementsprechend schon auffallen, insbesondere weil die Bewegung, wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart oder noch besser im 5-Minuten-Chart, ganz schön heftig nach unten verlaufen. Also die Abwärtsseite scheint im Moment die stärkere zu sein. Profis unter euch wissen, naja, das könnte doch locker dieses sogenannte Seitwärtskorrektur-Ding sein, indem es am Anfang korrektiv runter geht, indem es hier korrektiv hoch und danach noch mal einen Impuls runter. Na gut, halten wir das Ganze mal so fest. Ich würde es also nicht wundern, das wäre ein ganz klassisches Seitwärtskorrektur-Verhalten, wenn wir auch die 18600er-Marke noch sehen. Also Seitwärtskorrektur, viele wissen, dass sie Seitwärtskorrektur-Zwischenhochs hat, die sogar noch ein bisschen höher sind als das. Ja, das darf ja mal sein. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte diesen Chart schon mal irgendwie so dargestellt, hier vorne hatten wir eine Pause, dann einen Anstieg, vielleicht jetzt hier wieder eine Pause, irgendwie sowas in der Art und danach kann es ja noch mal locker weiter nach oben gehen. Also ihr seht, ihr seht eine ganz gute Chance, dass wir hier erst mal nur eine Zwischenpause haben. Die lockert noch mal hier dieses Zwischentief beim DAX-Index, könnte das so 18600 irgendwie bedeuten. Also das muss nicht sein, aber klassischerweise sind diese Seitwärtskorrekturen endend auf gleicher oder tieferer Höhe. Also nicht höher als das, das wäre jetzt nicht so typisch. Das würde mich also jetzt nicht wundern. Allerdings so richtig sehr korrektiv sieht das ja noch nicht aus. Ich kann mir vorstellen, einige hoffen noch da drauf. Ah, komm, hier, klasse, wenn er da drüber geht, dann sieht das wieder bullisch aus. Gucken wir es uns ein bisschen genauer an. Also für doch noch einen schnellen Wandel wieder auf die Long-Seite wären wahrscheinlich diese Niveaus hier, die von mir jetzt nicht getroffenen, aber die Zwischenniveaus hier irgendwie, was ist das, 16. Mai, heute Donnerstag, 12.55 Uhr, 13 Uhr, irgendwie sowas in der Zeit, das wären Long-Signale, wenn der Kurs da drüber geht. Na gut, dann sind wir aber auch schon ein ganzes Stück gestiegen. Die Hoffnung für die Intraday-Freunde, dass der Kurs vielleicht vorher schon irgendwie so ein Verlaufsmuster wieder bringt, zeigt dementsprechend, dass es korrektiv nach unten geht dann hier. Und dann wären das ebenfalls schon mal Einstiegsmöglichkeiten. Da muss man auch gar nicht mehr auf dieses Zwischenhoch von hier warten. Aber wenn man gar nicht weiß, wie man sich orientieren soll, dann finde ich diese Marke hier nicht ganz uninteressant. Also heute die Mittags-Zwischenniveaus, die wir hier beim DAX hatten, die wären entsprechend die Einladung für die Long-Seite. Ja und die Short-Seite? Naja, eigentlich, wenn das so stimmt, was ich hier gesagt habe, dann ist das hintere Bewegungsmuster eigentlich häufig so ein Fünffäller. Das kann also sein, dass wir vielleicht sogar jetzt schon, vielleicht aber bald, hier wieder eine kleinere Korrektur bekommen. Also nicht jetzt so einen richtig großen Anstieg, sondern irgendwas Korrektives, nicht zu groß. Und dass das dann quasi diese letzte Abwärtsbewegung dann nochmal mit sich bringt. Also das wäre nicht untypisch. A, B, C oder noch besser Korrektiv runter, Korrektiv hoch und hinten nochmal ein Impuls runter. Das sind sogenannte Seitwärtskorrekturen, in dem konkreten Fall Flat-Korrektur. Und viele wissen, dass diese Flat-Korrekturen eigentlich fast die größte Anzahl aller Korrekturmuster ausmacht. Die sind immer sehr verwechslungsfähig oder gefährdet, weil der Hochpunkt hier höher ist als der Startpunkt. Also der Punkt höher ist als der da. Also die Gefahr oder der Verdacht besteht. Muss er zwingend nochmal unter dieses Tief hier gehen vom, was haben wir, 14. Mai nachmittags, 14.30 Uhr in etwa? Nee, er muss nicht zwingend, es ist nur typischer. Er darf auch vorher drehen, es wäre nur statistisch weniger häufig. Und deshalb würde ich als erstes mal davon ausgehen, der geht also auf jeden Fall tiefer. Aber wenn der Kurs jetzt hier Schub hoch macht, Korrektiv runter und nochmal Schub hoch, dann sind das nicht, also den wissen wir dann noch nicht, aber wenn er dann hier dieses Zwischenhoch triggert, wäre das zumindest ein vorläufiger Long. Das, was wir vorne haben, da hinten nochmal. Das wäre so der erste Ansatz. Und wer sehr mutig ist und die Bullenseite schon besonders lieb hat, der kann dann sagen, ich bleibe einfach mal drin. Wer sagt, na, das ist mir noch ein bisschen zu kritisch, denn es kann ja locker nochmal das passieren, der sollte mindestens einen Stopp hier hinterher ziehen, wenn nicht sogar hier mal versuchen, Gewinne mitzunehmen an so einem Fall. Also nicht auf diesem Niveau. Das Niveau ist ja noch Fantasie. Das hängt ja noch davon ab, wann und wo diese Korrektur auftaucht. Ob das jetzt hier der Fall ist. Zumindest mal so die letzten Minuten lassen sowas vielleicht vermuten, und dass wir sowas hier in der Richtung bekommen. Also das wäre für die Intraday-Freunde vielleicht noch etwas, was man im Auge behalten sollte. Umgekehrt bedeutet das allerdings, wenn ihr so etwas bekommt und dieses Tief hier durchstoßen wird wieder, sind wir ja wieder dreiwillig. Wir erinnern uns, dreiwillig ist nicht die Haupttrendrichtung. Dann ist es eher noch die Abwärtsseite, die sich da nochmal fortsetzt. Also so richtig glücklich bin ich mit Bullish aktuell hier nicht. Nicht im Übergeordneten. Da sehe ich ehrlich gesagt noch nicht irgendwie Drama-Modus, dass man Sorge haben muss. Also ich sehe weiterhin noch Potenzial, ein Rücksetzer auch bis auf diese Niveaus, vielleicht sogar dieses alte Allzeithoch, guck mal, wird sogar auch noch passen, dass wir da irgendwo hinkommen. Dann werden wir tiefer, ich mache mal das Blaue kurz zur Seite, dann werden wir tiefer als die Marke, dann hätten wir da noch eine Unterstützung, wird eigentlich mega passen. Ja, das ist eigentlich so ziemlich genau, wie so eine Bewegung gerne aussieht. Ihr seht, also ich bin jetzt nicht super bärisch. Für die Nachmittagshändler tendenziell schon, das schon, aber für den übergeordneten Anstieg, muss ich sagen, sehe ich dann noch keine große Gefahr. Zumal mir dieses Verhaltensmuster dreiwellig, denn machen wir uns nichts vor. Die Bewegung, die wir hier haben, A, B, C, ist dreiwellig. Und ihr seht, da ist die C-Welle sehr lang, das ist wiederum nicht so sehr typisch. Klar kann auch jetzt sowas passieren, aber es wäre eben nicht so typisch, deshalb ist das nicht mein favorisiertes Bild aktuell. Ja, also wenn die C-Welle, diese hintere, so sehr lang ist, dann spricht das eher dafür, dass es gar keine C-Welle ist, sondern eine dritte, dann kommt noch eine vierte und danach geht es mit der fünften dann nochmal weiter. Also ihr seht, ich bin mäßig enttäuscht vom Markt, gar nicht. Es ist ja sogar klassisch, dass der Markt erstmal ausbricht und danach gibt es erstmal ein Päuschen. Wenn dann alle glauben, jetzt geht es richtig los, dann sagt der Markt, oh Moment mal, jetzt rutschen wir dann nochmal dicht ran, gucken wir uns das nochmal in Ruhe an und wenn wir die ganzen Einsteiger, die jetzt voll Begeisterung da reingegangen sind, enttäuscht haben, aus dem Markt gedrängt haben, dann kaufen wir günstig zu diesem Einstiegsniveau da unten irgendwo nochmal. Also es wäre gar nicht so untypisch. Es ist best guess, also ob das genau so passiert, wissen wir nicht, aber wir wissen, worauf wir achten müssen, nämlich auf Schübe und Korrekturen in dieser Richtung. Das sind alles Long-Signale, ob ihr das im Kleinen hier kriegt, ob ihr das im Größeren dann tiefer kriegt, das wären alles nochmal Einstiege, aber klasse, jetzt geht es dann richtig los. Denkt immer dran, dass wenn das hier im Kleinen passiert, es durchaus sein kann, dass es eben nur so eine ABC oder irgendwie so mehrfach wackelnd hier ist und danach nochmal runter geht. Also denkt immer dran, Mindestziel, da solltet ihr mit dem Stopp aus dem Quark kommen. Also nochmal, erste Bewegung, zweite Bewegung, Erwartungshaltung, dass die Anfolge, also wenn er das bricht, dass dieser Anschluss ähnliche Größe hat wie das. Und wenn das eben nur so klein ist, wie hier, dann gilt genau die gleiche Regel, wo das eben das Ziel dann eben ein bisschen enger ist. Trotzdem ist das nicht schlecht, kann man auch sowas handeln, wenn man mag. Also nur solltet ihr dann überlegen, ob ihr an der Stelle vielleicht die Gewinne mitnehmt oder, was auf jeden Fall geht, Stopp auf dem Einstieg nachziehen oder so irgendwie ein bisschen nachziehen, zumindest, dass man nicht mehr im großen Risiko ist. Wenn er weiterläuft, super. Wenn er umdreht, naja, man hat die Chance gehabt und hätte ein riesiges CRV, wenn es läuft. Und wenn es hier nicht klappt, dann eben ein bisschen später. Die Idee ist ja dann nahezu immer die gleiche. So, ich habe es eben erwähnt. Ja, die Daxianer, die sind da sehr zurückhaltend, anders als der amerikanische Markt. Gucken wir mal den Dow Jones an. Der ist zwar noch nicht hier im Future-Markt. Hier gucken wir jetzt die Futures alle an in Amerika. Die sind zwar noch nicht auf neuem Allzeithoch hier. Das kann man also bei dem Markt hier noch nicht so sehen. Aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Und wir sehen auch, dass wir... Ja, da war mal so eine kleine Ausreise. Wir hatten heute Nachmittag Zahlen. Nicht um 15.30, das war die Eröffnung. Können wir mal kurz auf die Zahlen gucken. Jetzt hat sich der eine oder andere gewünscht. Mensch, mach mal nicht nur Chart-Technik. Guck mal drauf. Der Fili-Fed-Index, nicht so doll ausgefallen. 4,5 Prozent. Okay. Ist das ein gutes Zeichen, ist das ein schlechtes Zeichen? Naja, für die Wirtschaft eher nicht so gut. Manch einer hofft jetzt vielleicht. Ja, guck mal, der Wili-Fed, wenn es jetzt inflationsseitig keine Dramas gibt, aber die Märkte nicht so gut dastehen, dann hat die FED doch gute Argumente, dann doch die Zinsen irgendwie zu senken. Ja, könnte ein Argument sein. Ja, weil man dann eben sagt, die Wirtschaftsstärkung ist wichtiger als die Inflationsbekämpfung. Vielleicht. Fili-Fed-Index ist bei vielen großen Playern im Markt eine wichtige Hausnummer, eine Art Frühindikator. Es ist mehr als ein Indikator. Es sind viele Komponenten, die dahinter stecken. Also ihr seht hier Fili-Fed Business Conditions, Carpacks, Employment, bla 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 bla. Also gibt es eine ganze Reihe von Einzeldingern. Also viele, so gut ich das beurteilen kann, ich kenne natürlich nicht alle, aber die oder viele von den großen Playern im Markt, die nicht ganz so charttechnisch unterwegs sein können, alleine qua Größe und Zeiteinheit, die sie da unterwegs sein müssen, die hier eben auch eine Bewertung machen der wirtschaftlichen Situation, achten auf diesen Index. Und zumindest mal so die Erstreaktion, kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, dass sie besonders negativ war, denn wir sind dann nach dem ersten Schock zur Eröffnung gleich wieder relativ zügig nach oben gegangen. Noch lieber wäre mir hier eigentlich gewesen. Also so einen Anstieg finde ich ja immer mega. Vielleicht das mal so als Manöverkritik. Ja, also der Kurs kam von oben, hat auch keinen Bock mehr nach unten, das hat man schon gesehen, weil er schon wackelig, also mit vielen Überschneidungen war. Und eigentlich, wenn ich sowas sehe, bin ich so spitz drauf, wenn der korrektiv runtergeht, da bin ich sowas von long. Er ist aber steil runtergegangen und dementsprechend ist das, auch wenn ich dann diese Bewegung verpasst habe, ja, aber kann ich nichts machen, es ist nicht mein Ansatz. Da einfach dann einzusteigen, finde ich nicht so attraktiv. Da seht ihr, es ist manchmal schade, weil man sagt, ja, aber hätte man doch, sollte man doch oder müsste man nicht. Ja, alles gut, kann man alles machen, aber es ist halt schwer, in solche Situationen reinzukommen. Zumindest mal jetzt hier im 5-Minuten-Chart. Natürlich übergeordnet, wir haben es gerade gesagt, das ist ganz klar korrektiv, da machen wir uns nichts vor, das Zwischenhoch ist getriggert und dementsprechend war das eine Möglichkeit, long zu gehen. Für die eng Stoppenden, hier mindestens mal Schockmoment, wer hier drunter Stopp hat es überlebt, wer den von mir eher bevorzugten, etwas höher liegenden 78er hat, der statistisch mehr Vorteile bietet, wäre hier allerdings ausgestoppt worden. Wir haben uns das Martyrium hier erspart, insofern war es uns egal. Trotz alledem, das wäre zu bemerken nochmal hier an der Stelle. Daran seht ihr, du, das klappt ja gar nicht immer. Ja, das ist völlig richtig. Ja, also wir können leider nicht davon ausgehen, dass diese Situation immer und in jeder Zeit nur Gewinn-Trades und nie Verlust und Ärger machen sie sowieso nicht. Nee, das wäre ja schon zu schön, um wahr zu sein. Aber es ist schon so, dass man diese Handelsgelegenheiten immer wieder sieht und sie eben sehr häufig, statistisch übergeordnet häufig, zu seinen eigenen Gunsten eben dann nutzbar sind. Ja, wie geht man jetzt mit der Aktion um? Ja, also idealerweise würde ich gerne hier Rücksetzer sehen, die nicht mehr groß überschneiden hier. Das mag ich immer am liebsten, wenn es keine Überschneidung gibt, dann ist immer die Sorge am geringsten. Das wäre gut. Gut, insbesondere wenn es korrektiv ist. Das muss nicht jetzt sein. Kann sein, dass es durchaus noch eine Stunde später erst runtergeht. Aber wenn es runtergeht, idealerweise überlappungsfrei und idealerweise korrektiv, sind das alles wieder Chancen einzusteigen. Also wer hier am Nachmittag ein bisschen oder frühen Abend aktiv werden will, der hat die Möglichkeit, da drauf zu gucken und achte eben darauf, dass die Gegenseite relativ schwach ist. Dann habt ihr da ganz gute Chancen. Wenn ihr euch übrigens wundert, was hast du da immer für Fenster, die du immer so schnell wegmachst? Das ist nur, um euch nicht abzulenken. Jetzt habe ich euch aber schon abgelenkt. Kurze Erklärung, weil solche Fragen natürlich auch immer wieder kommen. Das sind Alarme. Wir setzen immer wahnsinnig viele Alarme für unsere Handelsideen. Risk ist zum Beispiel so ein Titel, den wir auf unserer Watchliste haben. Könnt ihr hier mal Hausaufgaben mäßig selber mal angucken. Und immer dann, wenn der Alarm losgeht, heißt das, müssen wir uns mal angucken. Ist aber beim Index-Update am Nachmittag sicherlich falsch. Dann ist ja eine Einzelaktie. Das gucken wir uns dann extra mal an und schauen mal, ob wir da einen eigenen Trade draus machen können. Und wer bei Born for Trading eh mit dabei ist, kriegt ihr ja sowieso dann mitgenannt. Oder auch im Elliott-Wellendepot habt ihr die Chance, solche Trades mitunter dann eben vorgestellt zu bekommen. So, aber ihr könnt ja selber drauf gucken. Die Logik ist grundsätzlich die gleiche. Vielleicht seht ihr das ja schon mit eigenen Augen. Dann braucht ihr ja euch meine Ideen dazu gar nicht anzugucken. Dann kriegt ihr das auch so hin. Also, E-Mini, E-Mini-Dau muss ich sagen. Alles erstmal in Ordnung auf Tagesebene. Früher oder später wird das kommen. Das, was ich hier gezeichnet habe, ist im Prinzip das, was wir im Moment beim DAX haben. Da seht ihr, was der DAX macht, ist jetzt nichts Schlimmes. Müssen wir nicht schimpfen mit ihm. Ja, das ist eine ganz normale Bewegung. Das Pandor vielleicht zu dem, was vorne ist. Nur die haben noch nicht angefangen. Wir müssen aber damit rechnen. Jederzeit. Das kann aus der Hüfte geschossen losgehen. Nur zu sehen ist es aktuell noch nicht. Wenn es aber eintrifft, sind wir vorbereitet, dann können wir da was machen. Solange es nicht passiert, müssen wir auch noch nicht entsprechend aktiv werden. Die Idee ergebe sich ähnlich. Aber ihr seht schon, extremer Konjunktiv. Länger kann man es kaum ziehen. Insofern, im Moment deutet sich das noch nicht an. Aber ihr müsst damit rechnen, dass es früher oder später kommt. Und wenn es wirklich korrektiv ist, haben wir ja dann neue Einstiegsmöglichkeiten gibt. So, da sind wir. Gipfelfest, haben wir eben gesagt. Während beim DAX schon wieder abgestiegen wird, wird hier noch gefeiert. Der S und P500, ES ist das Kürzel für den entsprechenden Future. Das ist hier jetzt endlich über das alte Hochniveau hinaus gelaufen. Das ist zumindest mal auffällig. Aber naja, gut. Darf natürlich noch ein bisschen weiter klettern. Grundsätzlich aber, wenn wir ehrlich sind, auch nicht großartig was anderes, wie wir es bei den anderen gesagt haben. Rechnet damit, dass das früher oder später passiert. Meine Erwartungshaltung, dass solche Pausen aber nach oben erstmal aufgelöst werden. Dann hätten wir nämlich hier wieder unsere klassische fünfwellige Struktur, was der Markt ja sowieso immer ganz lieb hat. Also insofern, das wäre eine ganz gute Geschichte. Achtet also drauf, wenn runter, wackelig, alles gut, wenn es runter, steil, aufpassen. Aktuell, das ist hier schöner als beim DAO, dass hier, beim DAO hatten wir ja gesehen, um 15.30, glaube ich, war das letzte Tief. Hier ist es 16.10 Uhr ist das Tief gewesen. Das heißt, es sieht hier im Moment eigentlich ganz gut aus. Wenn wir hier eine Korrektur kriegen, würde ich jetzt im Moment den S&P bevorzugen gegenüber den Dow Jones, weil wie gesagt, von diesem Tiefpunkt aus, das eben nach oben gegangen ist. Also die etwas bessere Aussicht für anschließend weitere Lungensituationen. Generell allerdings, wenn ich euch gefragt hätte, heute Nacht um drei geweckt, was ist das für eine Bewegung? Ist die impulsiv oder korrektiv? Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch sagen, also nach richtig scharfem Impuls sieht das nicht aus, ist korrektiv. Das heißt, wir brauchten eigentlich nur darauf zu warten, bis diese Korrektur vorbei ist. Das heißt, irgendjemand bei uns anruft und sagt, ist vorbei. Eine andere Variante ist, naja, wenn er zwischenhochs eben reißt, das wäre als letztes hier der Fall gewesen. Letzte Tief, vorletzte Tief. Und dementsprechend wäre das ein möglicher Einstieg hier für die Longseite und die mögliche Fortsetzung in Trendrichtung. Da haben wir ja noch so ein bisschen Platz. Und wer sich jetzt fragt, aber wäre das nicht hier auch der Fall gewesen? Naja, da war das Tief und da war der tiefer. Also insofern musste er erst noch einmal tiefer geraten, um dann eben den Einstieg da zu bieten. Also das so vielleicht so als kleine Idee für das Regelwerk nochmal mit dazu. Aber auch hier gilt natürlich, das klappt nicht immer, aber die Voraussetzungen dafür sind ganz gut. Da war das hier schon eher letzte Tief, vorletzte. Ein erster Versuch, der wäre gescheitert. Naja, vielleicht aber auch gar nicht so schlimm, denn man wäre zwar ein bisschen runtergekommen, allerdings das, was vorne ist, hinten nochmal. Das ist immer die Mindestvoraussetzung. Damit müsst ihr immer rechnen. Wenn ihr vorne einen Anstieg habt, dann habt ihr eine dreiwellige Korrektur. Das hier ist ABC. Dreiwelliger kann man dreiwellig nicht zeichnen. Also wenn ihr so eine starke Aufwärtsbewegung hattet wie da, dann habt ihr eine ABC. Dann ist die Erwartungshaltung, dass das Ganze da hinten zumindest nochmal passiert. Jetzt muss ich nur noch greifen können. Und dann stellen wir fest, das wäre das Mindestziel gewesen. Da oben war er. Also habt ihr schon so ungefähr gesehen. Okay, klar, kann dann drehen. Wahrscheinlich habt ihr den Stop dann allerdings auch schon ein bisschen verjüngst. Vielleicht nicht zwingend im Plus, aber immer dran denken. Es geht nicht darum, immer richtig zu liegen, weil ihr im Regelfall ja nicht immer das volle Minus dann habt. Erstens habt ihr sowieso kleinere Minusgrößen als Gewinngrößen. Und wenn ihr hinterher zieht, zumindest ein bisschen, dann ist das vielleicht kein Plus-Trade, aber eben vielleicht nur noch ein halbes Minus oder ein Viertelminus oder wie viel auch immer. Aber entsprechend, wenn einer dann läuft, verdient ihr gleich ein Vielfaches davon. So, also Vielfaches ist ein richtiges Stichwort. Gucken wir mal, ob wir nach dem Anstieg früher oder später jetzt irgendwann sowas bekommen. Das wäre ein ganz guter Hinweis dafür, um dann entsprechend mit dabei zu sein. Schauen wir mal, wie es beim Lastag aussieht. Mit Verdacht genauso. Ja, also im Großen und Ganzen genauso. Auch hier sind wir jetzt über diese Marke drüber hinaus. Das war das Angebot, was wir gesagt hatten. Ja, kann schon sein, dass er runtergeht, wenn die Markteilnehmer so Druck haben. Aber wir sehen auch, wollten sie nicht. Also die Zahlen wurden ausschließlich positiv quotiert. Gab es also keine irgendwie Schreckmomente, außer die Erzeugerpreise. Da hatten wir schon vor ein paar Tagen drüber gesprochen. Aber in Wirklichkeit hat keiner diesen bärischen Faden weiter aufgenommen. Ihr seht, auch hier ist es ein bisschen anders wieder. Also von allen gefällt mir im Moment der S&P am besten, weil wir mehr oder weniger einwellig hoch und da runter. Die anderen haben alle irgendwie was mit so Zwischenstufen. Grundsätzlich gilt allerdings, es gilt noch immer der Bullenmarkt. Erst die Unterseite dieser Tiefmarken hier, wenn er die durchstößt, dann sollte man aufpassen, vielleicht kriegen wir dann doch ähnlich wie der DAX die etwas größere Pause. So, ihr habt jetzt erstmal eine Pause von mir. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet aus den Gedanken, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe, vorgeschlagen habe. Generell kann man sagen, der amerikanische Markt ist absolut immer noch auf dem Bullentrichter. Wir sehen auch, dass der DAX im Moment in der Pause ist. Der DAX war allerdings schon auf neuem Allzeithoch. Die Amerikaner feiern das jetzt erst. Vielleicht ist der DAX die Blaupause dessen, was die Amerikaner in den nächsten ein, zwei Tagen, naja, vielleicht am Samstag nicht so sehr, aber in den nächsten Handelstagen zu erwarten haben. Nämlich, dass nach dem Ausbruch nach oben dann mal ein Päuschen erfolgt. Das ist hinter dem Markt gut. Es wäre sogar sehr natürlich. Da dürfte man dann also auch nicht schimpfen, wenn er das typische, klassische Verhalten hier an den Tag legt. So, das mal so als Idee, als Überlegung für euch. Also rechne mit den Rücksetzern. Wenn ihr also noch Long-Positionen eingeht, wie wir das hier angedeutet haben im kurzfristigen Chart, dann denkt dran, ruhig einen Stopp ein bisschen hinterherziehen, dass ihr, wenn der DAX-Effekt bei den Amerikanern eintritt, ihr dann nicht ganz doof dasteht und dann sagt, oh, das war ja wieder unangenehm. Denkt immer dran, Ausbrüche über alte Hochs führen häufig in der nahen Folge zu deutlicheren Rücksetzern, wobei deutlich nicht zwangsweise bedeutet Sodom und Gomorra, sondern erstmal, naja, wir entfernen uns ein gutes Stück davon und danach geht es dann ja wieder weiter. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis morgen.